Ich spüre eine Energie, eine riesige Kraft kommt direkt auf mich zu. Ich spüre eine Energie, eine riesige Kraft. Ich spüre ein Volk von stolzen Kriegern und unser Ziel ist es immer mehr zu erobern. Und deshalb reisen wir ständig durch das Weltall auf der Suche nach neuen Planeten. Und wenn wir einen finden, der bewohnbar ist, handeln wir sofort. Wir eliminieren die Bevölkerung und verkaufen den Planeten dann an den Meistbietenden. Mach dich bereit und stirb durch meine Höllenspiegel. Ich spüre ein Volk, ich spüre ein Volk. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Aber auf Planeten wie diesem, deren Bevölkerung so schwach ist, schicken wir Babys wie dich damals. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.